Grafiken können verschiedene Ebenen aufweisen. Ich habe jetzt hier im Dokument drei Grafiken drin, eine Weltkugel, zwei Smilies. Wenn ich jetzt diese Smilies in Richtung Weltkugel bewege, dann sehe ich, die sind hier einmal davor und einmal dahinter. Wenn ich das jetzt ändern möchte, dann kann ich hier auf Bildtools Format gehen und kann sagen, dieses Smilie soll nach vorne kommen. Wenn ich allerdings diesen Smilie hier rüber bewege, dann sehe ich, der ist jetzt also zwischen den beiden anderen Grafiken, also hinter dem Smilie von der rechten Seite und aber noch vor der Weltkugel. Und wenn ich möchte, dass dieses Smilie im Vordergrund steht, dann müsste ich halt hier noch sagen, eine Ebene nach vorne oder ich kann auch das Ganze wieder rückwärts machen, eine Ebene nach hinten. Und um das Ganze zu beschleunigen, kann ich aber auch sagen, in den Vordergrund und ich kann aber auch die Weltkugel sagen, bei der Weltkugel sagen, in den Vordergrund, dann muss ich mich nicht durch die einzelnen Ebenen klicken. Ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, einen Auswahlbereich anzuwählen. Hier sind dann praktisch sämtliche Grafiken, die hier im Dokument auftauchen, sichtbar und ich habe die Möglichkeit, hier mit Anordnen zu sagen, diese Grafik, die soll sich nach vorne schieben oder in den Hintergrund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.